Hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Gloxton, das ist 20XTX und so hört sich ein bronchialer Effekt an. Ich werde wenig kommentieren, dafür mehr spielen. Heute ist Ace dran und nächste Woche hört sich das hoffentlich wieder ein bisschen anders an. Viel Spaß! Wir geben erstmal ein paar Chips aus und dann geht es auch schon sofort los. Für eventuelles Husten möchte ich mich entschuldigen. Ich lasse es der Stimmung halber einfach mal drin, größtenteils, außer es wird zu, äh, zu, äh, wie soll ich sagen, ähm, aufdringlich, ne? Zu ausschweifend. Heute nehmen wir es mal mit. Alle Shops werden zu sicheren Laboren und rein zur Sicherheit und weil es mir immer Spaß macht, nehmen wir auch mal den Reflap, den Headbutt Bot mit. Ok. Nice. Frech. Also Dibiont. Dibiont. Das war's für heute. 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 Ja, wenig Shops heute. Keine Ahnung. Bei Nina auch schon. Na gut, bei Nina hatte ich ja... Achso, das war doch das mit hier, äh, Labore, äh, Shops werden zu Laboren, ne? Trotzdem bin ich nur eins davon gesehen, glaub ich. Und trotzdem Shops. Gilt das nicht für schwere, für schwere Läufe? Ich weiß es gar nicht. Äh, okay. Ich bin ganz voll. Ach, das kommt jetzt schon, alles klar. Gut. 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 Äh, ich mach Feierabend für heute. Das war's mit Ace. Ich hoffe, es hat dann auch irgendwie Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und, ähm, ja, natürlich sind Kommentare immer gerne gesehen. Also zum Playstyle natürlich, ne? Ähm, heute zu den Kommentaren heute wahrscheinlich weniger. Äh, ja. Ich bedanke mich, wie gesagt, und, äh, wünsche einen schönen Tag noch. Bis denn, tschüss.